Grazina Badewicz war eine polnische Komponistin. Leben Badewicz erhielt ihre erste Ausbildung im Klavier- und Violinspiel und Komposition bei ihrem Vater Wynkas Barcewiczius. Sie trat bereits als Kind auf und komponierte ihr erstes Werk im Alter von 13 Jahren. 1928 begann sie an der Universität Warschau ein Philosophiestudium. Am Konservatorium der Musikakademie Warschau studierte sie Komposition bei Kazimierz Szekowski. Violine bei Joseph Jacewski und Klavier bei Jan Toczynski. Seit Anfang der 1930er Jahre studierte sie in Paris Komposition bei Nadia Boulanger und Violine bei André Tourette und Karl Flesch. Von 1934 bis 1935 und nach 1945 unterrichtete sie am Konservatorium in Lotz, danach lebte sie in Warschau. Bis 1955 wirkte sie neben ihrer kompositorischen Tätigkeit als Violinistin, seit 1963 unterrichtete sie auch am Warschauer Konservatorium. Daneben war sie auch als Schriftstellerin erfolgreich. In Polen erschienen mehrere ihrer Erzählungen und Romane. Zu ihren Schülern zählte Piotr Moss. Wadewicz komponierte eine Funkoper, drei Ballette, sechs Sinfonien und weitere Orchesterwerke, mehrere Instrumentalkonzerte, zahlreiche Kammermusikwerke, eine Kantate und Lieder. Sie galt als Meisterin der Instrumentation und eine der bedeutendsten Vertreterinnen der modernen polnischen Musik. Musik 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 Vielen Dank.